Intro Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu noch einem Video von eurem Gameblamer. Ich hole das Mikrofon mal ein bisschen näher ran, sonst ist der Ton so schlecht, dann könnt ihr mich nicht so gut hören. Ja, es gibt ja auch noch Leute da draußen, die ihre Custom-Firmware nicht updaten wollen. Die sagen, boah, meine Custom-Firmware ist eigentlich gut, so wie sie ist. Ich habe sie eingerichtet, wie ich sie haben wollte und da möchte ich auch nichts dran ändern. Für diese Leute gibt es ja Spoofer. Spoofer heißt, ihr bleibt auf eurer Custom-Firmware, wie, sagen wir mal, ihr habt jetzt Rogero 4.46 drauf und ihr spooft die aber auf 4.55. Das heißt, ihr installiert was, was einfach nach außen hin vorgaukelt, dass ihr auf Custom-Firmware 4.55 seid, obwohl ihr es gar nicht seid. Und da gibt es auch Bewegungen auf dem Markt und zwar gibt es da den 4.55 Spoofer für PS3 ITER 4.50 DEX Custom-Firmware, also ein DEX Spoofer. Und dann gibt es den 4.55 Spoofer für die Habib Cobra, beziehungsweise die Habib Custom-Firmware, also die Standard-Habib Custom-Firmware. Und ein Unofficial-Rebug-Updater. Links gibt es natürlich wieder unterm Video zum Downloaden. Und der Unofficial-Rebug-Updater, der bringt eure letzte Custom-Firmware von Rebug einfach, dass ihr auch gesbooft ist auf 4.55, damit es so aussieht. Es ist kein wirkliches Rebug 4.55, sondern es wird einfach nur nach außen hin, so angezeigt. Für die Leute, die so Rebug-fanatisch sind, da kenne ich ja schon einige, werde ich ja immer wieder angeschrieben. Und ja, PSN-Patch gibt es natürlich auch in den Zen-Enabler, aber das gehört nicht in die Spoofer-Abteilung, das ist noch was ganz anderes. Das gehört eher in die Homebrews und Utilities. Vielleicht mache ich dafür auch nochmal ein Video, damit ihr das da alles unten runterladen könnt. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Ja. Ansonsten hoffe ich, dieser kleine Einblick hat euch auch geholfen, dass ich euch diese Links hier zu bereitstelle. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned, euer Gameplay-Mart. Ciao.